ich habe auch gerade Homecraft geladen ok Phase 6 zum 7 gefällt mir jetzt will ich ja gerade die Texturen noch mal 4 weitere ok gestartet hat er schon mal 3 jetzt fehlt mir nur ein bisschen Lust zu haben Sticks na wo ist es ähm ja nöööö komm wir alle Kisten durchgucken bis man vielleicht was gefunden hat soo et auch ja nichts ja nichts soo was haben wir denn gar nichts und dann einiges neues Die Nio die Pflanzen setzen sich mal hin bei den Rechten ja auch nööööö doch draußen sind wieder paar Hemseeds gewachsen ist ganz gut Hemseeds kommt her zu mir Hallo Brain auf da alles gut Du musst n' Golem ersetzen. Hm? N' Golem ersetzen. Ah du, V-Kopf hast du, ne? Ja, Golem. Hallo, Golem. Es steht nur noch ne Gegend rum. Da standen die immer. So, Improved Intrat. Achso, da braucht noch Stahl. Okay, also das läuft auch schon mal. Warte mal. Improved Intrat, Genetic Mode, brauchen wir noch? Da. Gut. Räuch, 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 Räuch. Müssen wir eh paar mehr herstellen. Wires. Okay, das läuft auch mit der Axt. Nehmen wir mal. Alles klar, das funktioniert schon mal. Geht grad schneller als gedacht, ey. Bisschen komisch. Unverwunderlich. Äh. Ender.io war das, ne? Ja, ja. Ender.io. Waren wir mal Ender.io? Ich glaub Ender.core braucht mir dann dafür auch noch. Waren. Ah, ein Clay braucht dafür und Aluminium, okay. Ne, erst mal Ender, Jun. Ich glaub Ender. Endercore, dass das auch läuft. Erst mal schlafen, 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 schlafen. Also bisher in 20 Minuten läuft das schon wieder. Wär voll lustig. Ja, Endercore fehlt noch, okay. Doch. Ja, ne? Irgendwie ein bisschen, ein bisschen verwunderlich und komisch. So, das dann noch auch kurz. Wo waren denn die, die Scaffoldings? Und dann test ich das halt auch drauf und drauf selber. Sticks brauchen wir dafür. Sticks, Scaffoldings. Ey, was fehlt ihm denn? Achso, Zäune. Die Videobeschreibung war so aktualisiert werden dann davon, ne? Warum? Ja, aber bei mir stehen die Mods mit drin. Achso. Also die extra hinzugefügt wurden. Ich könnte halt auch so machen, wie konnte ich das machen. Einfach einen Link hinzufügen und ein Dokument, wo du es auch hinbeißt. Gibt's auch, man. Anstatt da die ganze Videobeschreibung vorzuklöpchen. Ähm, Enderio. Ist ja, glaub ich, einfacher. Ach, Enderio hat er auch Magneten, ne? Elektromagneten. Ja. Ja. Gar nicht schlecht, wenn so Magneten immer dabei ist. Mhm. Na, das hab ich, das hab ich, das hab ich. Achso, Clay wollte ich brennen. Clay. Oh, super, vier, Clay. Ja, okay. Dann nochmal in Creative. Clay. Clay. Dimensionstramp. Bei uns weiter, was ist das denn? Clay, Clay, Clay. Killer-Jo haben wir auch, ne? Ja, klar. Da sind paar Mods, beziehungsweise paar Teile, wo du echt so... Ah, muss ja mal denken mit. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9... Boah, haben wir echt, was für Kombinationen sind das denn mögliche? Hm? Die wir ja dann durch haben, ne? Okay, das funktioniert auch. Ich muss mal wieder ein bisschen antreiben hier. Was funktioniert dann? Oh. Boah, ungewohnt. Gibt es hier keine Rezepte? Charcoal, Block of Charcoal funktioniert, das wollte ich wissen. Top. Habe ich hier keine Workbench oder ein Holzschip noch da? Hier kommt auch ne Workbench hin. Voll angewohnt von Skype hier. Überall ne Workbench hin zu klatschen. Zack. Dann kann der Junge mal hier brennen. Und Stahl brauche ich definitiv noch. Dann ist nämlich gleich Baustelle 1 schon mal fast abgehakt. Aber dennoch, wenn... Da gibt's aber NRÖ, gibt's ja den... 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 Vorher... Jaa. Und rirf... Verstehst du mich unsure? Ja ja, klar verstehe dich. Wieso sollte ich nicht? Okay, wir wär zum hochfahren bestehen. Nee... 要, auf dem Zelda los und auf dem Zelda. Das geht über Anchor. Jahr, will ich aber auch sagen. Ich weiß, wir können ja den anderen Energieass field ste服. Klar. Man muss das ja nicht ganz über troiden. was hat er der hat nur diesen einen smelter beziehungsweise den einen generator mehr hat er nicht da muss ich hier holzkohle anschaffen und dafür bräuchte es ja auch wieder mod deswegen gibt es so viele technik was man auf ender mit aufbaut ist ja manchmal gar nicht schlechtes das waren die hei war ja ich muss mal gucken dass auch mit dem strom am anfang bei uns ist doch gleich deswegen wenn er drauf ist und die kapazität verbände eine gebaut ist kann strom laufen weil da kann ich ihm besser speichern und transportieren ja das stimmt ja weil die balken diesel denn und denken dass das diese generatoren hätte warum teuer das geht ja schnell bei und in der ju das geht schnell die kapazität verbände relativ schnell die items haben wir dann war also sobald das da läuft funktioniert das 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 ich brauche dann noch was ja brauche ich solche dinge auch noch ich bau da einfach mal zwei stück von die zu haben sind nicht schlimm das heißt centus wird sich definitiv ab kapseln mit botania plopp weg sind siehst du erst mal wochenlang nicht welchen den bauzerber ist das noch den bauzerber auf ja das ist besser da du ja dann noch zugange ja wollte ich auch noch da braucht gerade noch moment ich kann mal kurz auf toilette einfach so auf toilette was eine frechheit manchmal der auf den tag liegt hier ist ja gigantisch bauen wir noch eine denn wir gehen jetzt mit dem scaffoldings und dem winter hat und den generator sowie mit dem hammer abhängig mal eben los versteht die sonne die grad unter die geht grad unter das wären die schlechte überdenken sind und monster da sind da ist ja noch ja nichts ausgeleuchtetes schien haben wir überlegen wir warten noch moment denn 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 dann wird das das ding ist ja oben auf jeden fall das könnt ihr auch schon mitnehmen für die reise der weise der weise jetzt brauchen wir nicht eigentlich es ärgert mich dass wir keinen nickel haben äh wo ist es denn trofe nö beutel nö beutel hier nö noch gar nicht gebaut bauen wir zum teil zum strommessen voltometer jo kompass haben wir und tiersticks haben wir auch perfekt denn so könnten wir mal im keller gucken alter ernsthaft klar dies voll wo ist leise du arsch du arsch jetzt leise bist lalalalalala ist einfach nur holzkopf jetzt bist du immer noch leise warum keine ahnung frag mich nicht wenn du so sprechen würdest ne ist ja optimal ach so ruhig ja nein ich bin es kopf doch du pinnitz nein nein alles klar und so machen wir das jetzt am dümmsten wenn man das ding war 20 hoch sollte erstmal relativ reichen dann hier dreh dich kleines rad das ist ja auch neues holz dazu gekommen durch britannia keine ahnung mana smoke quarts mana quarts blaze quarts lavender quarts elfen quarts und das war vorhin in britannia wo ich das zuletzt gespielt habe nicht retten du bist auch ein quarts kopp die signalpistolen du bist auch so ein quarts kopp du quarts kopp quarts kopp ey ich hab grad ne scheinze idee warum um eine fliegende insel zu bauen und da oben botanien zu bauen alles klar warum warum kriegst du ne scheiß idee ich sag mal ja nur fliegende insel ich weiß ja auch nicht woher ne hm wie man auf diesen gedanken grad kommt ich guck grad so durch mhm signalpistole und so und dann kommen wir die idee mit der fliegenden insel da oben botanien zu machen ja fliegende insel woher kommt das gerade wohl he ja ich skype ja auch weil ich dachte kein bock äh irgendwo hinzubauen wo nix eben ist nein nein ich kann seine fliegende insel bauen ach komm fick dich kopp ey meine fresse ey was soll denn das hier aua nein ich will doch keinen eingang daraus machen so zack so was haben wir denn noch die können connecten auch zack da ja ganz ich will ja das ist ja ich will ja wozu die hier hier wozu So und der connected mit dem Direkt-Zombie Ist grad nicht angenehm mit euch Freunden hier W-E-C-H-Zombie Jetzt kommen die überall her, die Arschgein Kämpft Oh, vier Zombies, hey, hallo 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 Geh weg und sterben Ich frage mich, warum ich heute nicht normal auf dem Bauer-Server den Cheat-Modus anhabe Weiß ich auch nicht Boah, das wäre eh nur zum Bauen und zum Backup-Server ist Für mehr eigentlich nicht Okay, wie viele Minuten hast du auf der Uhr? Ich habe grad Minute auf der Uhr 52, das heißt eigentlich so lala Ja, aber gib mir noch ein paar Minütchen, dann werde ich das fertig machen und testen Oh, hier kommt 0RF an, da ich könnte schon mal kotzen Da gibt's hier den Link Da, der ist Was hast du? Was muss ich damit machen? Hä? Was muss ich damit machen? Dann baust du doch bei dir da drin Weiß ich doch nicht Hä? Weiß ich doch nicht TomCraft Weißt du wo? Ja, aber ist das nur der? Sind alle oder nicht? Sind alle Mods oder nicht? Ja, dann musst du von Skype hier rüber nehmen Hahaha Okay, machen wir das gleich mal eben ohne Aufnahme Ja Bring sie Du machst mich wieder fertig, ey Geh, mach So wie sie es gehört So machst du einen Schwerttisch Ja, so wie sie es gehört Jetzt frage ich mich gerade ernsthaft, warum der da oben wieder so umconnectet hat Könnte ich hier schon wieder Bäume ausreißen und kotzen Dass er das nicht richtig connecten kann hier Warum habe ich eigentlich den RPG-Advance-Mod? Weiß ich nicht Wenn der Lightning-Bewurz-Speicher leistet Weiß ich doch nicht Okay, dann kannst du Schildern und machen Fernung Wie gesagt dann Keine Ahnung Da ist irgendwie bei Lightning-Bewurz- äh bei Sky mit drauf Okay Ja, aber wieso weiß ich nicht Ja, rpg 20 Also er produziert Strom Es dauert glaube ich gerade nur bis du so ein bisschen Strom kriecht oder sowas Aber es würde funktionieren Okay Ich kann disconnecten, wenn du das möchtest Dann würde ich sagen, ich mache hier kurz einen Cut Wir sehen uns gleich wieder, wenn Vmcraft, Botania und Enderworld drauf sind Ja Und dann sehen wir uns bis gleich Tschüss Ähm Ja Ja